Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Der Wuch einer kleinen, herzigen Baby-Fledermaus-Reibe. Was du hier gerade siehst, ist ein total natürliches Vorkommnis. Es handelt sich um lebende Materie, die stirbt. Methangas also. Und wenn wir gerade beim Thema sind, es gibt einen Krater in Turkmenistan, der seit 40 Jahren am Brennen ist. 1971 waren sowjetische Geologen in dieser Region am Öl suchen, die sie aus Versehen in eine enorm grosse Höhle mit Methangas hineinbohren. Sie hatten dann das Problem, dass mega viel Methan einfach so in die Atmosphäre entwichen ist. Also haben sie entschieden, das Gas anzuzünden und haben gehofft, dass es nach ein paar Wochen verbraucht ist und ablöscht. Wie dem auch sei, es brennt jetzt seit über 40 Jahren. Die gute Nachricht ist, dass Spinnen und Insekten vom Licht angezogen werden und man nicht selten beobachten kann, wie sie das Feuer innen kumpeln. Da ist ein Marienkäfer mit einem Snapchat-Hundefilter. Das Ding ist ein Rotations-Lautsprecher und er ändert und verzehrt den Sound, indem er die Lautsprecher entweder schnell oder langsam rotiert. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen.